Science Camp, das ist im Prinzip Lernen ohne es zu merken. Man geht her und lässt sich neugierig machen durch die verschiedenen Angebote, die es gibt. Und am Ende, wenn alles gut geht, sozusagen für Kopf und Körper was gelernt. Und insofern ist das ein Format. Das ist, glaube ich, sich dauerhaft hier auf dem Erfahrungsfeld der Sinne in Nürnberg etablieren wird. Wir sehen einfach einen guten Ansatz, Naturwissenschaften und auch andere Themen Kindern und Jugendlichen näher zu bringen. Und zudem noch den Effekt einer guten Ferienbetreuung, was sicherlich den Eltern auch weiterhilft. Es freut uns und wir sind gespannt, wie die Reaktion der Kinder sein wird. Wir haben aktuell zum Beispiel 50 Mechatroniker in der Ausbildung. Dementsprechend wichtig sehen wir unseren Auftrag jetzt auch hier beim Science Camp. Wir freuen uns jetzt in dem Rahmen auch einen Beitrag zu langsten. Wir freuen uns auch nächstes Jahr aktiv dabei zu sein. Am 31. August können die Kinder bei uns lernen, wie sie selbst einen Elektromotor bauen können mit Magneten und was das Ganze mit Nord- und Südpol zu tun hat. Wir haben auch in diesem Jahr ein Gewinnspiel integriert. Das heißt, es können sich auch Kinder bewerben und Tagestickets für das Science Camp gewinnen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein schöner Baustein, denn insgesamt runter das Science Camp, das Ferienprogramm der Stadt Nürnberg in besonderer Weise ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.